Ich bin froh, dass so viele Leute es hier machen können und sind tatsächlich interessiert in das Uncertainty-Principle. Das Uncertainty-Principle zeigt nun, dass wir nie die Position und die Velozität dieser Elektronen auf der gleichen Zeit beitragen können. Vielleicht macht es dieses komplexe Thema ein bisschen einfacher zu verstehen. Für uns gibt es eben nur die Welt, in der das Wort es gibt. Das sollte es klar machen. Delta H times Delta B ist größer oder größer als H vor H. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht schön. Es gibt Dinge in dieser Welt, die wir nicht mit mathematischen Kalkulationen beschreiben können. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Lektion. Ich hoffe, dass zumindest einige von euch gelernt haben, etwas zu Hause und zu denken. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank.